Herzlich willkommen! Mein Name ist Dennis Plate und ich begrüße Sie zum BEG-Schulungsvideo Wie funktioniert die Bewegungserkennung durch Passiv-Infrarotmelder? Dazu gehe ich ganz kurz auf die Grundlagen der Infrarotstrahlung ein. Danach schauen wir uns dann die Faktoren an, die diese beeinflussen. Ein Mensch hat eine durchschnittliche Körpertemperatur von 37 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur strahlt er eine Infrarotstrahlung mit einer Wellenlänge von 10 µm aus. Darauf sind Passiv-Infrarot-Sensoren optimiert. Die Körpertemperatur eines Menschen ist aber nicht gleichmäßig verteilt. Körpermitte und Kopf sind warm, Hände und Füße sind kühler, wie man hier auf der Illustration sehr gut erkennen kann. Warum heißen nun die Sensoren aber Passiv-Infrarot-Sensoren und nicht einfach Infrarot-Sensoren? Im Gegensatz zu Hochfrequenz- oder Ultraschall-Sensoren, die ein elektrisches Feld erzeugen, sendet ein Passiv-Infrarot-Sensor keinerlei eigene Strahlung aus. Der PIR-Sensor erkennt lediglich die natürlich vorhandene Infrarotstrahlung. Ein Sensor kann natürlich auch Tiere erkennen, die wegen einer ähnlichen Körpertemperatur erfasst werden. Aber auch andere warme Gegenstände können eine Erkennung auslösen. Die Einstellung der Erfassungsempfindlichkeit, die Wahl des richtigen Montageorts, die Ausrichtung des Kugelkopfes bei unseren Außenmeldern oder die Verwendung von Plines, die den Erfassungsbereich einer Linse teilweise abdecken, verhindern dies. Wichtig für die Funktionalität eines Sensors ist, dass die Strahlung, die ein menschlicher Körper abgibt, auch tatsächlich beim Melder ankommt. Das heißt, dass zum Beispiel kein Gegenstand wie etwa ein Raumteiler zwischen Sensor und Mensch steht. Darüber hinaus haben wir vier verschiedene Einflussfaktoren, die die Erkennung durch Infrarotstrahlung beeinflussen. Sie haben Bezüge zueinander. Das heißt, wenn ich einen der Faktoren verändere, hat dies immer einen Einfluss auf die anderen. Schauen wir uns diese vier nun einmal an. Da ist zum einen die Entfernung, dann die Wärmemenge, die ein Objekt ausstrahlt, die Dämpfung des Infrarotsignals, zum Beispiel durch isolierende Kleidung und wir benötigen immer eine Temperaturdifferenz zwischen der Körpertemperatur und der Umgebungstemperatur. So kann es passieren, dass ein Zug, dessen Bremsen eine hohe Wärmemenge abgeben und der sich eigentlich außerhalb des Erfassungsbereichs befindet, theoretisch also viel zu weit entfernt ist, trotzdem vom Sensor wahrgenommen wird und zu Fehlschaltungen führt. Wie funktioniert nun aber die Bewegungserkennung durch Infrarot? Dazu muss man wissen, dass ein Infrarotsensor, hier in der Mitte dargestellt, immer unter einer Linse angebracht ist. Wenn man sich unsere Melder anschaut, erkennt man im Kunststoff der Linse kleine Strukturen. Durch diese wird die Linse in einzelne Segmente unterteilt. Dabei ist jedes dieser Segmente eine kleine Sammellinse, die die Infrarotstrahlung in Ihrem Linsenbereich erfasst. Eine Bewegung wird dann vom Sensor wahrgenommen, wenn sich die Strahlung von einer kleinen Sammellinse zunächst fortsetzt. Diese Sammellinsen befinden sich zum Beispiel in Innenraummeldern, meistens sogenannte Präsenzmelder. In Außen- oder Korridormeldern, wo es wichtig ist, größere Distanzen zu überwachen, werden häufig Fresnel-Linsen verbaut. Diese wurden ursprünglich zur Verwendung in Leuchttürmen entwickelt, denn auf See ist es notwendig, dass ein Lichtsignal möglichst weit erkennbar ist. Wir nutzen diese Stufenlinse nun, um einen möglichst großen Erfassungsbereich zu haben. Auch bei den Fresnel-Linsen wird eine Bewegung durch die Veränderung in zwei Linsenbereichen erkannt. Während bei den meisten unserer Melder flexible Montagehöhen möglich sind, sollten Sie beim Korridormelder, dessen Linsen aus beiden Linsenarten besteht, unbedingt die vorgeschriebene Montagehöhe einhalten. Wird beim Korridormelder von der Montagehöhe abgewichen, wird der Melder zum Beispiel höher montiert, so unterwandern Personen den Erfassungsbereich der Fresnel-Linsen. Dadurch kann dann in dem Linsenbereich keine Erkennung stattfinden. Zur Bewegungserkennung ist es aber auch wichtig, wie wir uns im Erfassungsbereich bewegen. Ob wir auf einen Sensor zuschreiten oder ob wir uns quer zu den Linsensegmenten bewegen. Bei der Bewegung quer zu den Segmenten haben wir die größte Erfassungsreichweite. Wenn wir frontal auf den Melder zugehen, besteht die Möglichkeit, dass wir uns lange in einem einzigen Linsensegment bewegen. Somit dauert es länger, bis wir ein zweites Segment durchqueren. Der Melder reagiert damit verzögert. Darum geben wir zu jedem unserer Melder bis zu drei Werte für die Erfassungsreichweite an, wobei der geringste Wert für die Erfassung auch kleinster Bewegung direkt unterhalb des Melders gilt. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel in einer kleinen Animation an. Wir sehen hier einen RC Plus Next N, unseren Premium-Außenmelder, der an der Decke montiert ist und wir sehen gleich eine Person, die von links nach rechts durch die Linsenbereiche quert. Jedes Mal, wenn sie ein Segment durchschreitet, wird eine Bewegung vom Melder erkannt. Bei der ersten Überschreitung von Linsensegment 1 zu Linsensegment 2 wird das Licht eingeschaltet, und die Nachlaufzeit beginnt. Diese startet bei jeder weiteren Segmentüberschreitung neu, bis keine Bewegung mehr wahrgenommen wird. Dann schaltet sich das Licht nach Ablauf der Nachlaufzeit aus. Wenn die Person jetzt frontal auf den Melder zugeht, dann sehen wir, dass sie in ein Segment eintritt, dann aber noch keine Überschreitung in ein weiteres stattfindet. Erst wenn diese geschieht, schaltet sich das Licht verzögert ein. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung des Vorhergesagten. Die Entfernung, die Wärmemenge, die Dämpfung und die Temperaturdifferenz beeinflussen die Funktionalität eines Passiv-Infrarotsensors. Zur Bewegungserkennung wird neben dem PIR-Sensor auch immer eine Linse benötigt. Bei BEG werden zwei verschiedene Linsentypen verwendet, Sammellinsen und Fresnelllinsen. Die Infrarotstrahlung muss zur Bewegungserkennung vom Sensor in mindestens zwei Linsensegmenten gemessen werden. Dabei gilt, je höher man einen Melder montiert, desto größer wird zwar die Reichweite, aber umso geringer ist dann die Erfassungsempfindlichkeit des Melders. Daraus ergeben sich drei Angaben zum Erfassungsbereich. Der für die Querbewegung zum Melder, der für das Frontal darauf zugehen und der für das Erkennen von kleinen Bewegungen direkt unterhalb. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, wir konnten Ihnen die Hintergründe zur Passiv-Infrarot-Technik näher bringen. Bitte schauen Sie da auch auf unserem YouTube-Kanal vorbei, wo es noch einige weitere Videos mit Anleitungen zu unseren Produkten gibt oder auch Erklärungen wie zum Beispiel für den Klassenzimmermelder DAA 4G oder eine Drei-Felder-Sporthalle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.